Und jetzt gucken Sie sich das mal an. Eilton steht da und ist völlig ratlos. Wohin denn nur? Was mach ich denn jetzt nur? Ab auf den Ostfriesen. Und der versenkt wie ein eiskalter Torjäger. Und diesen Eilton gönnen wir uns natürlich jetzt nochmals, ganz alleine und ganz groß. Steht da, mahnt seine Jungs an, sich anzubieten. Hertha interessiert das überhaupt nicht. Serison, Rektal und Schmidt haben nichts am Hut mit Eilton. Und jetzt die besten Bilder. Eilton wollte das Tor, obwohl es schon gefallen war, gar nicht so richtig bejubeln. Der meckert immer noch. Jetzt musste ich dem Eils den Ball geben. Das gibt es doch gar nicht. Ich wollte ihm doch gar nicht den Ball geben. Aber gut, wenn es sein muss. Na komm her, Dieter. Wunderbar, dann machst du es halt. Die Bude.